Wir haben es mal wieder, warmes Wetter am Kupfersee und das bedeutet Spot suchen, Köder testen, gucken, wo könnte was gehen. Also, rein hier, testen, testen, testen. Und ich teste natürlich. Und ja, die ersten Brocken sind da, die ersten Kois sind da. Das ist natürlich schon mal wieder sehr, sehr schön, wenn das so losgeht. Und ja, ich bin natürlich gespannt, was hier noch alles reingeht. Die, ja, Dinkelsbühler nehme ich auch gerne mit. Die Köder-Kombi ist bekannt. Einfach mit Heilbutt und mit Königskrabbe. Ich hatte drei verschiedene ausgeworfen hier und die erste Reaktion war auf Heilbutt und auf Königskrabbe. Wenn die Fische das so wollen, dann kriegen sie Heilbutt und Königskrabbe. Kann man ja, kann man ja liefern. Warum auch nicht? Jetzt haben wir natürlich gerade mitten in der Nacht. Bedeutet, die Situation ist ja zusätzlich noch mal schwierig. Also, da müssen wir jetzt natürlich noch mal gucken, was geht gleich in den Morgenstunden. Also gerade so 5, 6 Uhr rum, dann sollte es ja so langsam losgehen. Ich feuere jetzt aber konstant auch schon Futter-Mische rein. Immer wieder nachfüttern, denn mittlerweile kann man ja schon fast sicher sagen, es läuft sehr gut am Kupfersee mit viel Futter-Mische. Also durchaus mal, ich sag mal so in Richtung 20 bis 30 Bällchen. Also 200 bis 300 Gramm an Futter-Mische scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und dementsprechend immer mal wieder nachfüttern und reinhalten mit dem Futter. Lange Zeit, ja, lange Zeit braucht es häufig auch fürs Starten der Spots. Also, es braucht öfters mal ein bisschen Anlaufzeit. Und ja, gerade auch hier unten oder in diesen tieferen Stellen hatten wir das ja schon mehrfach, dass man einfach auch mal fast eine halbe Stunde hier rumstand und es ging erst mal nichts. Und dann auf einmal geht es los und dann kommt so eine richtige Welle, bam, bam, bam. Dann kommt Balanza auch einmal rein. Und ja, das kann natürlich auch passieren. Jetzt im Moment hier bin ich, naja, es ist halt Nacht, zwei Orangio-Gon schon direkt rein. Das ist natürlich nicht so schlecht. Beides hier auf Heilboot und Königskrabbe, 14,14. Also auf diese kleinere Pellet-Kombination. Und ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das nehmen wir doch gerne auch so mit, wie das hier so reingeht. Und klar, gerade in der Nacht, da ist halt meist nicht ganz so viel los. Wenn natürlich in der Nacht auch schon was reingeht, ist es immer ein ganz gutes Zeichen. Also, noch mal ein bisschen herumzuppeln und dann gucken. Ich stehe hier, man sieht es natürlich gerade kaum, auf 15 Meter geklippt. Also, gucken wir mal eben. Nehmen wir sie tatsächlich gar nichts hier. Und wenn ich Licht anmache, wird es schlimmer. Also, einfach, zeig ich gleich, wird er gleich wieder hell. Na, guck, es geht weiter. Bis zu dem kleinen Baum. Ich glaube, da hinten sieht man es so ein bisschen, wenn man so ein bisschen über den Nebel guckt. Jawohl, zu dieser kleinen Birke quasi gerade ausgeworfen. Und dann, Gibi. Na, guck hier. Der nächste Brocken. Ich bin echt gespannt, was hier alles reingeht. Wetterwechsel ist halt immer, immer kunterbunt. Erstmal ist es großes Oha. Was jetzt? Und, na, guck. Dinkelsbühler. Ja, mehr davon. Wäre doch was. Hier schön mit dicken, fetten Boilies. Jetzt, natürlich geht da die Frequenz runter, aber durchaus eine Option, wenn man hier mal groß reingeht. Deswegen bin ich jetzt natürlich zum Testen extra klein reingegangen. 14er Boilies nur verwendet. In beiden, in beiden Aromen. Und, ja, Gibi. Wir gucken mal kurz rein. Also, so ist das Setup aufgebaut. Das große Setup. Mit der Fiederrote, mit der Evia 6000, mit 32 Kilo Mono-Schnur. Wird natürlich nicht komplett verwendet. Aber mit dem großen Setup hier und der 27er, mit dem 27er Vorfach oder auch LED-Core. Ich könnte hier die Bremse dicht machen. Ich kann hochziehen auf 29. Das ist schon ganz angenehm, wenn man das Set einfach mal komplett ausnutzen kann. Ist das gar nicht so verkehrt. Einzahaken hier. Und wie gerade schon gesagt, 14er, 14er. Weil, erstmal zum Testen, klein reingehen. Wenn ich jetzt gleich weiß, alles klar, da geht ein bisschen was. Da geht ein bisschen mehr. 18er. Einfach die größeren Kombis nehmen und dann geht er auch ein bisschen mehr. Fudermische. Gucken wir auch direkt rein. Basic. Also, einfach auf Mais. Ich habe auch gar nichts neu zusammengetüttelt. Die hatte ich einfach noch in der Tasche rumliegen. Deswegen habe ich die einfach jetzt verwendet. Maisbasis. Heilboot. 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 Königskrabbe. Heilboot. Also, es geht komplett auf Heilboot. Wenn du noch eine andere Fudermischer hast, die mit Heilboot und Königskrabbe funktioniert, gerne auch mal unten in die Kommentare rein posten. Ein bisschen austauschen untereinander, damit wir jetzt hier gerade bei den warmen Temperaturen schnell wieder einen effektiven Spot haben, der auch gut funktioniert. Oder auch einfach natürlich im Discord posten. Link zum Discord ist unterm Video. So, so sieht es aus. Und zwar bei allen drei Routen. Ja, und jetzt so langsam haben wir vier Uhr. Perfekt. Es wird langsam hell. Und dann kann es auch gleich gerne losgehen. Ich zuppel immer mal wieder so ein bisschen da dran. Häufig hat man ja auch die Karpfen am Köder stehen und sie riechen am Beulie, aber sie beißen nicht zu. Und deswegen mal so ein bisschen dran zuppeln. So ganz kurz nur angetickt, damit die vielleicht so ein bisschen noch getriggert werden. Und dann im Idealfall auch reingehen. Ja, im Moment muss ich sagen, bisher kann gerne so weitergehen. Ich nehme hier die ganzen Dinkelsbühler gerne mit. Mehr Orangio-Gorn auch sehr gerne. Das darf gerne so reingehen hier weiter. 15 Meter Clip hatte ich ja gerade schon gesagt. Warum 15 Meter? Wir wollen natürlich bei warmen Wassertemperaturen mehr in die Tiefe gehen, weil es wird ja immer wärmer und noch wärmer und noch wärmer. Und dann ist es ja an der Oberfläche dann auch irgendwann ein bisschen sauerstoffärmer vielleicht. Ich meine, in der Tiefe ist es ja dann auch irgendwann, wenn es sehr tief ist, auch vielleicht ein bisschen sauerstoffärmer. Aber ja, wenn das Wasser halt sehr warm ist, zack, mal guck, dann ist es wahrscheinlich auch nicht so ganz sexy. Und ja, bei kaltem Wetter, wissen wir ja mittlerweile, sind die Karpfen dann eher im ufernahen Bereich oder an der Oberfläche. Jetzt sieht man doch den Baum hier schon schön. Und bei warmem Wasser, ja genau, bei warmem Wasser geht es dann halt eher dann doch eher ein bisschen mehr in die Tiefen. Deswegen, wie gesagt, jetzt hier 15 Meter Entfernung an der Stelle und wir sind hier an der Stelle hier unten. Also 15 Meter, da sind wir gut über die Hälfte. Also ich denke mal, ich bin hier grob in dieser Area, ob das hier an der Kante ist oder hier knapp davor. Also grob in diesem Bereich, ja, in diesem Kantenbereich. Und ich glaube, das passt ganz gut. Also einmal von der Ausrichtung her, von dem Winkel, das wir hier so zu diesem Baum ungefähr werfen. Nicht so ganz auf die Spitze. Und ja, auch dieser Kantenbereich, das passt schon. Es ist immer so ein bisschen ungewohnt, weil die Map halt hier so klein ist, dass das eben dann mit 15 Meter schon so weit ist. Ja, so sieht es aus. Jetzt heißt es natürlich testen, testen, testen. Geht hier noch ein bisschen mehr, geht hier richtig was rein, ist hier ein bisschen was auf Frequenz angesagt. Und vor allem natürlich, wie lange bleibt das Wetter denn jetzt warm, beziehungsweise das Wasser? Wie lange haben wir jetzt das warme Wasser? Das ist natürlich immer die große Frage. Und lohnt es sich überhaupt, hier sich jetzt wieder darauf einzustellen? Normal Wasser hatten wir jetzt ein paar Wochen. Zwei, drei, also das war jetzt schon relativ lang. Und dementsprechend wäre es natürlich ganz nice, wenn das jetzt länger so bleibt, dass man dann wieder ein bisschen suchen kann, sich ein bisschen darauf einstellen kann und wieder ein bisschen mehr experimentieren kann. Beziehungsweise, wenn man denn dann schon was rausgefunden hat, dass es dann halt auch ein bisschen länger so bleibt, ne? So, was haben wir jetzt hier? Leicht, 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 nichts Großes. Na, guck. Vier Kilo Dinkelsbühler. Also, die Dinkelsbühler scheinen hier tatsächlich reinzugehen. Gute Frequenz. Das ist nicht so schlecht. Das kann man mal machen. Also, direkt wieder raus hier. Guck mal, da geht es direkt weiter. Sehr schön. So soll das sein in den Morgenstunden. Genau so. Gleich schön durchballern hier bis, äh, zack, bis 7, 8 Uhr, beziehungsweise eigentlich kann man durchziehen bis ungefähr 10 Uhr nachts. Dann wird es so langsam weniger, weniger, weniger in die Mittagszeit rein und dann so ab 16 Uhr nochmal Gas. Zum Mittagszeit nehme ich dann meist das PVA nochmal ein bisschen runter, gebe dem Ganzen mal so ein bisschen eine Pause und dann wieder rein. Ja, klar, die Karauschen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich warte auch schon auf den F1 Superfreak. Ne, F1 ohne Superfreak. Der F1 Karpfen darf natürlich auch gerne mit rein. Aber ich nehme natürlich auch einen Superfreak. So, ja, soviel dazu. Ich würde sagen, das ist es, ne? Kurze Info, kurzes Video, kurze News zum Spot. Es ist warm, ihr Lümmels. Und ja, auch bei warmem Wetter geht natürlich noch was am Kupfersee. Also, rausziehen, Petri, nachmachen, testen, probieren. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream montags, mittwochs, freitags immer komplett mit RF4. Und an den anderen Tagen bisschen RF4 und zur Zeit sowas wie LS22 gerade. Bis dahin, Petri. Bis dahin, Petri.